Mein Name ist Christiane Spiel. Ich bin Professorin für Bildungspsychologie und Evaluation an der Universität Wien und seit kurzem emeritiert. Was sind die großen, relevanten Themen der Zukunft? Also ich würde mich da gerne beziehen auf das, was wir vor kurzem in einem großen internationalen Projekt als Zielaufgaben für Bildung festgelegt haben und was traurigerweise auch nicht in den reichsten und weitentwickeltsten Ländern erreicht ist. Nämlich das erste Ziel von Bildung wäre ein humanistisches, das heißt die Förderung der individuellen Begabungen, Talente und Interessen. Das zweite Ziel ein bürgergesellschaftliches, das heißt, dass man sozusagen vorbereitet wird und auch bereit ist, sich zu engagieren in einer demokratischen Gesellschaft, aber auch Solidarität und Verantwortung zu leben und zwar nicht nur für Menschen, sondern auch für die Umwelt. Das dritte wichtige Ziel wäre ein ökonomisches. Wir müssen natürlich jungen Menschen auch Wissen und Kompetenzen für den Arbeitsmarkt vermitteln und schließlich ein Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Und wenn wir uns alle Länder anschauen, inklusive Österreich, haben wir das alles, auch jetzt speziell das letzte Ziel, nicht erreicht. Welches sind Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Herausforderungen für Wien? Wien hat schon eine Sonderrolle in Österreich und hat aus meiner Sicht auch deutlich mehr Herausforderungen, als es in den anderen Bundesländern bestehen und eigentlich auch als in den anderen großen Städten. Also Wien hat auf jeden Fall die meisten Migrantinnen und Migranten und auch den meisten Zuzug. Wien hat auch ein großes Problem, fast überall die Klassenschülerinnen höchstzahlen, weil eben so viele Menschen nach Wien ziehen und das macht besondere Herausforderungen und das führt auch dazu, wir haben durch die Bildungsstandards nämlich die Möglichkeit gehabt, weil da ja alle Schülerinnen und Schüler diese Standardtestungen in Mathematik, Deutsch und Englisch machen müssen, zu erheben, wie wirklich die Situation in Schulen ist. Und da zeigt sich ganz klar, wenn jetzt ein Kind einen schwachen Bildungshintergrund hat, gemeint ist, Eltern haben zum Beispiel nur Pflichtschule, wenn dieses Kind noch dazu einen Migrationshintergrund hat, das heißt es kann gar nicht Deutsch, kommt Kroatien, Polen, was auch immer, dann hat dieses Kind schon ein Risiko, diese Bildungsstandards, also sozusagen das Minimum, nicht zu erreichen. Wenn das Kind aber in eine Klasse geht, wo viele andere Kinder dasselbe Risiko haben, dann steigt das individuelle Risiko bis auf 80 Prozent. Man muss sich vorstellen, das heißt, dieses Kind kommt in eine Klasse, kann sich nicht aussuchen, die Mitschülerinnen und Mitschüler und hat ein Risiko von 80 oder mehr Prozent, das Minimum in Mathematik, Deutsch oder Englisch nicht zu erreichen. Und das ist eben ganz besonders in Wien gegeben, eben durch die vielen Migrantinnen und durch die Klassenschülerinnen Höchstzahlen. Das heißt, Wien hat damit wirklich eine ganz besondere Herausforderung, mit so einer Situation umzugehen. Welche Fragen sollten am dringendsten beantwortet werden? Aus meiner Sicht gibt es ja auch schon Hinweise, was wir tun könnten, was aber leider, darüber wird viel geredet immer wieder, aber noch immer nicht entsprechend umgesetzt ist. Das eine ist völlig klar, am wichtigsten wäre es doch, dass wir eben im Blick auf Bildungsgerechtigkeit bereits vor Schuleintritt eine Situation erreichen, wo die Kinder dann nicht, wenn sie in die Schule kommen, kommen die Anforderungen, sie merken, sie können es nicht, werden frustriert und merken, dass alle anderen Kinder mehr vorankommen. Das wird dann nämlich überlagert durch diese Frustrationen, durch Ärger, durch Wut und dann lernen sie auch weniger. Das heißt, wir müssten es eigentlich möglichst schaffen, einen Ausgleich bereits vor Schuleintritt zu machen. Was heißt das aber? Einen ganz starken Ausbau des Elementarbereichs. Und beim Elementarbereich gibt es da noch zusätzliche Baustellen. Nämlich, dass wir zum Beispiel, wenn wir uns Österreich anschauen, die Anzahl der Kinder, die in einem Elementarbereich betreut werden, also in Abhängigkeit auch vom Alter der Kinder, sehr unterschiedlich ist. Dass die Elementarpädagoginnen seit langer Zeit kämpfen dafür, dass auch ihre Ausbildung auf akademischem Niveau ist und so weiter. Also da gibt es ganz viele Baustellen, denn diese Situation und dass sie auch so wenig verdienen, führt ja dazu, dass ganz viele, wenn sie die Ausbildung gemacht haben, entweder gar nicht in den Elementarbereich gehen oder nach kurzer Zeit abbrechen. Also hier wäre eine ganz wichtige Baustelle. Und dann kommt noch etwas dazu. Wir haben ja momentan, das ist auch ein politisches Thema, worüber viel diskutiert wird, diese Deutschförderung, die Deutschförderklassen. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder dem Unterricht folgen können. Aber dadurch, dass wir so viel diskutieren über diese Deutschförderklassen, haben wir vergessen oder zu wenig beachtet, dass ja eigentlich ein Ausgleich bereits vor Schuleintritt eintreten sollte. Es wäre doch ideal, wenn die Kinder, wenn sie in die Schule kommen, bereits die deutsche Sprache können und nicht, dass sie dann in extra Klassen, wo sie dann nicht mit den anderen zusammen sind und auch den Unterricht nicht haben, den die anderen haben, erst das Deutsch lernen sollten. Also das heißt, gerade im Vorschulbereich wäre sehr, sehr viel zu tun. Und das hat auch, wenn wir uns alle Studien international anschauen, den höchsten Return on Investment. Das heißt, jeder Euro, der dort investiert wird, kommt um ein Vielfaches zurück. Und im Sinne eines positiven Ausblicks und zur Inspiration für uns alle, würden wir gerne wissen, wie sieht das Wien in ihrer Träume aus? Aus meiner Sicht wäre es ganz wichtig, dass diese vier Bildungsziele, die ich genannt habe, dass die möglichst gut in Wien erfüllt sind. Wien ist ja auch eine ganz, ganz tolle Stadt. Wien hat so viel Kultur. Wien hat auch die meisten Hochschulen. Also so ein breites Spektrum an Hochschulen, so ein breites Spektrum an Kultur, so ein breites Spektrum auch an wundervollen, lokalen und spannenden Menschen, mit denen man zusammenkommen kann. Und man muss das erhalten, aber man sollte es schaffen, dass das alle erreichen kann. Also, dass das nicht einer privilegierten Schicht vorbehalten bleibt. Und daher müssen wir wirklich im Bildungsbereich sehr viel tun. Ich sage immer, das weiß nur oder merkt nicht die Politik. Bildungspolitik ist gleichzeitig Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Gesundheitspolitik, Finanzpolitik und so weiter. Weil Menschen, die eine höhere Bildung haben, sind gesünder, leben länger, verdienen mehr Geld, haben ein demokratischeres Verhalten, sind meistens auch solidarischer und so weiter. Und wenn ein Bundeskanzler, eine Regierung klug ist, investiert sie am meisten in den Bildungsbereich und hat damit Erträge auch in allen anderen Politikfeldern. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.